Für unsere Kunden einfacher und digitaler werden, das ist das Ziel unserer Strategie Commerzbank 4.0. Damit sind wir in den ersten neun Monaten 2018 weiter vorangekommen und haben neue Kunden überzeugt. Beim Kundenwachstum liegen wir mit netto rund 900.000 neuen Privatkunden in Deutschland auf Kurs zum Jahresziel von einer Million. Im Firmenkundengeschäft ist das Umfeld weiterhin schwierig und der Druck auf die Margen hoch. Umso wichtiger, dass wir auch bei Firmenkunden weiter wachsen. Denn Wachstum zahlt sich aus. Insgesamt haben wir im operativen Geschäft in den ersten neun Monaten gut eine Milliarde Euro verdient und dabei die Ergebnisqualität verbessert. Der Blick auf unser Risikoprofil zeigt, dass wir eine stabile und widerstandsfähige Bank sind. Das sieht man auch am guten Abschneiden beim europäischen Bankenstresstest. Unsere strategischen Entscheidungen und der Risikoabbau der letzten Jahre greifen also. Für 2018 lassen wir den Ausblick unverändert und möchten unseren Aktionären eine Dividende von 20 Cent je Aktie zahlen. Untertitelung des ZDF, 2021 SWISS T said onia virturose Vielen Dank.